Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eheos Call. Wie ein Level. Halt die Klappe, du kommentierst. Ich mach ein... ...meer. Ich kann Alchemie, könnte ich jetzt machen. Oh, das ist aber auch ein mächtiges Ding. Curse Rang 2. Ich mache mal Curse Rang 2, weil Rang 1 fand ich jetzt nicht so nützlich. Vielleicht ist Rang 2 besser. Jetzt kann es nicht so nützlich. Das mach ich mal. Wobei... Ah, ich weiß es noch nicht. Ich mach einfach mal. Ich erhöhe auch mal deines Twinks, weil ich lass sie ja manchmal fühlisch angreifen, dementsprechend. Und du kriegst jetzt den Partifisten hier, komm. Ich will auch so krasse Heilspäts rausharren können wie der Klieriker eben. Ich habe genug, aber es sieht aus wie möglich. Es ist kein Problem. накrief eine Taube. Wir haben uns ja nur 5, 4, 6, 6, 7, 8, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 24, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 14, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 17, 15, 16. Jetzt kann ich als Nekromant die krasse heilige Attacke raushauen, das ist ja übel. So. So, die Quests sind jetzt ein bisschen weniger geworden. Ich gehe trotzdem mal ins Wind. Und schaue, ob ich mit den Innenbesitzern noch mal reden kann. Oh, das ist ein ganzes Stück glücklich. Oh, okay. Oh, okay. Need a room for the night. I'm glad to hear it. I'd rather not hear the details. Not that I believe it was a ghost, mind you. Just don't want to excite my wife's imagination. Oh, man. You've earned this for your trouble. Behaupten, dass, keine Ahnung, keine Geister, nein, aber überall Untote und Magie sind. Ich nehme das Geld. What else can I help you with? Enjoy your stay. West. South. West. 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 Take a load off. West. North. East. West. West. Greetings, Traveller. Stay safe and well rested. North. East. 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 Hello, there. You're an adventurer, right? Nein, ich war noch nicht im nördlichen Wald. Ich bin das hier nur auf dem Friedhof rumgesteubert. Du hast das für mich? Danke! Und die nächste Quest. Wenn du in der City bist, best du auf die Potion. Du kannst sie in der General Store oder von der alten Lady with Potion Stand, just north of the Blacksmith Shop. Juste nicht bei ihr die strongest Potions. Das wird die Killer Dragon. Nein. So ganz nett, so... EAST. 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 West. North-East. Ah sei ruhig. EAST. 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 Ein Pferd, aber ich kann es nicht streicheln oder so. No, East. No. West. South. Da ist nämlich noch jemand. East. South. East. West. West. Ja, wie soll es noch jemand gehört? South. West. South. West. Ah. Wer bist denn du? Fine, grüß dich, Freund. Ja, gleich mal die richtige Frage stellen. Hilfe! Wir haben das Skye über uns, das Gras unter uns und ein Song in unserem Herzen. Was mehr können wir für? Hm, es ist mehr oder weniger das gleiche als in jeder anderen Stadt. Gute Leute, stoffe Nobles, nicht genug örtem Raum. Aber Susan in der Tavern macht das beste Shepherd's Pie, das ich jemals gegessen habe. Und warum sollte ich nicht? Life ist zu short, zu waste on woe und self-pity. Look, wir sind alle un-easy. Aber ich glaube, dass ich nicht mehr als in jeder anderen Stadt. Was denn nicht sagen, dass es eine gute Perspektive ist? Das klingt ja recht schillig. Ich bin glücklich, dass du das so. Ist es noch was anderes? Ja und ich bin glücklich, dass ein paar Sachen nicht mehr als in jeder anderen Stadt in der Nähe KU-Hufe. Naja, das ist schon geschehen. Ich glaube, ich bin glücklich, dass ihr schreitst. Wäst! 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 Ich will gerne... hinten... Wo wollte ich denn jetzt hin? Okay... Ich kann jetzt noch mal in den General Store gehen. Weil da waren wir noch gar nicht. East. Und dann würde ich sagen... Gehen wir mal auf den Friedhof und erkunden weiter dieses Masolier. East. 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 Wer hat schon wieder vergessen zu gucken wann er angefangen mit aufzunehmen? Ich natürlich. South. 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 North. Oh, ich kann keine Riga noch was sagen. East. Ich kann keine Riga noch was sagen. East. Oh. Es ist sehr schön! Natürlich geht es hier nicht nach wie viel Land auf den Rest. Ich kann nicht mehr. Hahahaha. West. 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 Dein Fisch ist es auch 100% gut. 20 wolf pelts i'll give you a fair price for them come back again soon whatever you're looking for i'm sure i have it i try to keep a little bit of everything if i don't have what you're looking for you probably didn't need it in the first place you won't find a better variety anywhere in far haven here can Ich lasse das Zeug mal ein bisschen da, weil es hat ja teilweise nette Effekte, zum Beispiel die Schmiederüstung nehme ich mal mit, falls ich irgendwann mal gegen einen Feuermenster kämpfe, oder so. Dann habe ich so viel Gold? So dann, NO! Noch eine Kräfte verschiebst. So, was NU! Ja, ich würde sagen, zurück auf den Spieler. Genau, East West Road. Sollte mich eigentlich hinbringen, wo ich hin will. Kann ich irgendwie schneller laufen? Ich muss noch mal in die Lieben schauen. Hallo gruseliger Wind. Ah, jetzt kann ich mich auch liegen lassen, ja. Das war das, wo ich schon rein konnte, glaube ich. Oh, Hallöchen. Ich würde sagen, drei. 3 Damage, 4 Damage, 30 Damage. Was für ein Sound. Krass. Alle ungenutzt. Nett. North. Okay. Nach Norden sind wir letztes Mal... West. Äh, nach Osten sind wir letztes Mal gegangen. Jetzt gehen wir nach Westen. Da ist bestimmt noch ein Grab zum Plänen. North. West. W notreOTIA? West? Ah! Ist bitte noch ein Beispiel und ist頑ig clairstellen. Heimlich sind ein Wander. 4 4 Damage, 5 Damage, 10 Damage 25 Damage 27 Damage 98 Damage Den Sound, wenn der Kampf zu Ende ist, finde ich auch gut. South West North West North East North West South Und Viecher West 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 So, brenn wir in mein bisschen nieder. 5 damage, 3 damage, 21 damage, 88 damage. 5 damage, 6 damage, 5 damage, 21 damage, 94 damage, 40 damage. 5 damage, 28 damage. 6 damage, 20 damage, 40 damage, 40 damage. Und da ist es auch schon tot. Er ist schon tot. Ich schon wieder hier. Ok. Sehr schön. West, Nord, East. Ich bin noch Schüttling. Oh, ein Stab. Was haben wir denn hier? Was ist denn noch eine Urne? East. Ha. Opal. Und 2. East. Ah, da geht's schon wieder aufs Gesicht. Mana hab ich nicht mehr viel? Die auch nicht. Andere da auch. 2 Damage. 2 Damage. 30 Damage 110 Damage Oh, Hex macht richtig Damage hier 2 Damage 9 Damage 5 Damage 29 Damage 114 Damage 47 Damage North West North East 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 North I get you Da ist sie auch schon tot. Die Rade! Oh, da geht es runter. North. West. North. East. North. East. Ah, da sind noch mal Fischer vor der Tür. West. 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 5 Damage 26 Damage 42 Damage 3 Damage 11 Damage 26 Damage 24 Damage 24 Damage 26 Damage 24 Damage 21 Damage Da hattest du an den Ich schau mir gerade mal 55 health recovered 37 health recovered 37 health recovered 37 health recovered Oh ja, du musst dann. Ah, so geht es schon. 135 Manna recovered. Hat die sich ja nochmal voll gemahnert. Krass. Okay, Kinders. Das war's auch wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir die Treppe runter. Boxbox 64, Studio-Bof-Aufnahme auf dem Schalter.